Bauer sucht Frau Kandidatin Christine, 52, flasht ihre Follower mit einem alten Foto von sich. Darauf ist die Tierliebhaberin kaum wieder zu erkennen. Bauer sucht Frau, tränenreicher Abschied für Christine. Christine bewarb sich in diesem Jahr bei Bauer sucht Frau, um Landwirt Michael näher kennenzulernen, und tatsächlich war auch er von der Administratorin nicht abgeneigt. Und so entschied er sich dazu, Christine mit auf die Hofwoche zu nehmen. Doch dort entwickelte sich schnell eine komplizierte Dreiecksbeziehung, denn Michael konnte sich einfach nicht zwischen Christine und ihre Konkurrentin Mandy entscheiden. Die Zuschauer warfen dem Rinderhalter sogar vor, ein falsches Spiel zu spielen. Schweren Herzens schickte Michael schließlich Christine heim. Ein Schock für die 52-Jährige, die große Hoffnung hatte, sich bei Bauer sucht Frau zu verlieben. Das hat mich jetzt natürlich arg mitgenommen, weil in dem Moment ist wirklich ein kleiner Traum zerbröselt. Ich hab mir das ja hier als Traum vorgestellt, das ist mein Lebenstraum, ich möchte gern so leben. Es ist genau mein Ding. Ob Michael die falsche Entscheidung getroffen hat? Auch mit Mandy hat sich letztendlich keine feste Beziehung entwickelt. Fans sind begeistert. So sah Christine früher aus. Mittlerweile sind die Tränen bei Christine getrocknet. Zwar hat es mit der Liebe vorerst nicht geklappt, dafür hat die sympathische Frau durch ihre Bauersuchtfrauteilnahme ein paar Follower auf Instagram dazu gewonnen. Und diese ließ sie jetzt mit einem älteren Foto von sich sprachlos zurück. Das Foto, das im Jahr 2008 entstanden ist, zeigt Christine mit langer schwarze Mähne beim Reiten ohne Sattel. Sie wirkt glücklich, ausgelassen, frei. Man könnte fast meinen, das Foto stamme aus einem Westernfilm. Die Fans der Tierliebhaberin sind total hin und weg. So heißt es unter der Aufnahme beispielsweise. Das ist ein sehr sehr schönes Bild. Feuer, 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 Smiley mit Herzen als Augen, Smiley mit Herzen als Augen, Smiley mit Herzen als Augen, Smiley mit Herzen als Augen. Mega schönes Bild, Smiley mit Herzen als Augen. Mit den Jahren sind Christines Haare um einiges kürzer und grauer geworden. Doch eines hat sich eindeutig nicht verändert. Ihre Liebe für Pferde. Wie schön. Die komplette Bauer-Sucht-Frau-Staffel kannst du dir jederzeit noch einmal auf RTL Plus ansehen. Die komplette Bauer-Sucht-Frau-Staffel confisieren. Dieели- Ü登録... Die Musik. Die wildly Din Privatsch-Fiezacht-Frau-eneca-Sucht-Frau- Extremadura. Wie schön. Die Messer-Frau- Optik-INTro-inä-Generik- settlements ist ein super lleventuckstucke, in My Rachel equipassens je sagt, Untertitelung des ZDF für funk, 2017